Musik Jo meine lieben Zuschauer, schön dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einer weiteren Folge GTA 5 Online auf der PS4 Mit der Crew zusammen, die sind alle hinter der Tür Und wer ist alles mit dabei heute, A4B4, Minelig, Motocross, Quiz, Nico, TK Tonic, T-Raps, Ahage und Killer Johnson Ja das sind unsere Mitglieder, die heute in der Lobby drin sind Und wir spielen heute, wer killt mich zuerst, wenn ich aus der Tür rauskomme, aus dieser hier Die da hinten an der Wand ist, das ist nur ne Dekotier, ja Äh, ja, werd ich wirklich umgebracht, wenn ich rausgehe? Äh, ja, natürlich Warum natürlich? Ähm, selbstverständlich ist das Ne, find ich nicht, find ich sterben immer, immer, immer werd ich sterben, warum stirbst du nicht? Äh, dann bin ich tot, dann bleib ich tot Warum ich? Äh, du respawnst Achso, ja, dann kann ich das ja machen Aber cool Okay, dann wollen wir mal anfangen, ne? Ja, natürlich, ich geh aus der Tür, geh jetzt aus der Tür raus Ich verlasse, ich verlasse, jetzt könnt ihr gleich schießen Mit der normalen Waffe Ich gehe raus, jetzt kommt's Oh, kaboom, was ist hier denn los? Äh, 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 was ist hier denn los? Oh, cool So, passt auf, ich komme raus Dort, 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 ich geh mal wieder raus Da ist schönes Wetter draußen Gestern war es nicht so schön, aber ich hoffe mal heute Äh, 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 was passiert? Ja, Raketenwerfer jetzt, äh, 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 Oh, äh, ist weg Mutterkurs So, könnt mich zerstören, ne? Mit einem Kampfschät, Hubschrauber, was auch immer Ich fahr einfach weg Ja, ich hab doch keine Arme geklaut Ich hab immer nur ein Straßenfahrzeug Aber ein Panzer bringt da glaube ich nicht so viel Ja, ein Flugzeug, ein Hubschrauber Bringt da etwas mehr Ja genau, setzt noch Kopfgeld aus Ach, was sollt, das war nicht So, und weg hier Nein Du Schatz, nein Ah, scheiße Erste Runde Bin ich weg Abhauen, einfach nur abhauen Von den großen Fahrzeugen, ne? Panzer Und hier, Flugzeuge, die schießen können Fahrzeug, 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 steck ein Prokurs Nein Nein, ich bin weg wieder Kinder Johnson hat mich schon wieder Nein Man ist in dieser Stadt Nicht sicher auf jeden Fall Oh, da kommt was Großes Frau, gehen Sie raus Nein, ich werde überwalt, ey Nein Das geht aber ziemlich schnell Oh, so ein kleiner Flixlink hier Flixlink Da kommt schon wieder was Nein, ich bin blatt Schon wieder blatt, ey Wie kann das nur sein? Das weiß ich nicht Keine Ahnung Oh, guck mal, ein Auto Die schläge ich gleich ein Warte mal Ja, Partner Bleiben Sie mal da Oh, guck mal, ein Kampfschritt kommt jetzt auch noch Der kommt ja schon mit dem Panzer hinter mir So Oben ist etwas Ja, markiert mich ruhig auf dem Handy Dass ihr wisst, wo ich bin Oh, Motor Kost ist gestorben Toll Gibt's ja viele Fahrzeuge, die schießen können Nein Wow Das war Das war Scheiße Nein Nein Ich muss mich in sich einfach hängen Glück gehabt Ich glaube in der Ecke da hinten Mann, ist der Panzer schnell Schnell hier rein Dunklen Gassen Nein Nein, ist Er ist schon hinter mir Oh, er ist wieder unterwegs Ja, die sind auch schon hinter mir hier Alles 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 mögliche Nein Ah Mist Was war ich denn hier Was war das? Was ist das da hinter mir? Verstehe ich nicht So So Nein Nein Alter Er kann gerade nicht schießen Nein, da ist der Panzer Da ist der Panzer Hat niemand mehr am Panzer oder was? Das ist der Panzer Das wäre viel cooler Wenn man da mit hinterher Das wäre viel cooler Das wäre viel cooler Nein Ich wurde plattgefahren Oh, der Panzer Hat schon ein paar Macken So Einmal noch Wer kriegt mich? Wer kriegt mich hier? Wer kriegt mich noch weg? Was mache ich denn? Was ist denn da von Fahrzeug? Achso Wo ist der Panzer denn? Na, Chris aber Ich kriege keinen Schaden von dir Ist dir schon klar, ne? Von dem kriege ich keinen Schaden So Mit Granatenwerfer und Handgranaten Und Minen Ist alles erlaubt Ja, okay Gut Wer zuerst ich schreibt Das war's dann Der Der kann sich Das alles aussuchen Wieder Kennt das Ganze So Wer zuerst ich schreibt Kann dann Gerne Mich töten Uns alle Hä? Aha Gedaff Ja, du Das auch mal So, wohin Und wo Kannst du Entscheiden Oh, Killer Chancen Du hast nicht Oh Vielleicht ein anderes Mal Nächste Woche ist auch noch ein Tag Ne, telefonieren nicht So, das war's meine lieben Zuschauer Schön, dass ihr eingeschaltet habt Bei dieser Folge Wenn es euch gefallen hat Dieses Video Dann lasst euch ein Like da Damit könnt ihr mich unterstützen Schaut mal bei Facebook vorbei Da könnt ihr mich gerne anschreiben Und sonst Doch der Rest Steht in der Videobeschreibung Ciao Leute Äh, ich bin noch nie ganz tot Der hat voll verfehlt Was will der denn jetzt machen? Hm? Und? Ja, mach mich platt Aber wie Das hat er vor Achso Immer noch nicht Bin unverwundbar Ja, komm, komm, komm Und tschüss Leute Nein Immer noch nicht Jetzt aber Und Ciao Äh Habt ihr die Folge gefallen? Und möchtet auch gerne dabei sein? Dann schau In der Videobeschreibung Dort ist alles verlinkt Wie man dabei sein kann Wie man ein Teil sein kann Wie die Regeln sind Oder vieles mehr Oder Kanal der Woche Oder Abonnent des Monats Da könnt ihr wirklich alles erfahren In der Videobeschreibung Oder wenn du Fragen hast Dann schreib Hashtag Deadpictures Und dann deine Fragen Frage 1 Frage 2 Frage 3 Es können wirklich alle Fragen sein Oder Funfragen Und das findest du Alles in der Videobeschreibung Und jetzt kannst du abschalten Bis bald Ciao